Einen wunderschönen guten Tag wünsche euch heute ein neues Video in aller Frische, wie ihr wisst, selbst gekauft. Und ja, es geht weiter. Ich hatte mal eine kleine Down-Phase, warum und weshalb, in einem separaten Video. Ich habe wieder was bestellt, von der Firma Beauty Love. Es wird ja alles sagen, hä? Ja, das sind Männerprodukte, also Pflegeprodukte für Männer. Gibt es auch für Frauen, aber das bestelle ich nicht, weil ihr wisst ja, ich bin keine Frau. Ja, soviel dazu. Tataa. Und das Paket habe ich Mittwoch, glaube ich, bestellt. Ja, Mittwoch oder Bonnachtag. Kein Wächter, ich kann es auch sagen. Jedenfalls, es war pünktlich da, wie auch immer, ihr seht es, es ist da. Und auch ihr könnt mir Pakete schicken. Die E-Mail-Adresse steht in meiner Info. Und da fällt dann alles weitere. Ihr müsst nicht, wenn ich wollt, gleich vorweg. Ich habe das ein oder andere Paket schon mal bekommen. Hat mir auch gefallen. Danke nochmal. Aber jetzt geht es weiter zu den Produkten. Wie ihr seht, es hat ja nichts. Bö. Oh, ich habe schon mal. Ja, da. Bö. Es muss mich aufpassen, dass nicht, dass etwas rausfällt, weil das ist nämlich in der Flasche. Und zwar ist drinne ein Kostritzer Kälberbier. Warum das zur Schönheit beitragen soll, ich habe keine Ahnung. Nach dem Kasten vielleicht. Ja, das lassen wir mal lieber. Und dann haben wir dort einmal Müll. Und jetzt kommt wieder zur Blackbox-Man. Man. Müll. Kann man auch als Mütze tragen. So, ja. Also, wenn es draußen regnet. Ja. Muss man auch nicht. Sieht scheiße aus. Ja. Ja. Auf jeden Fall, schön verpackt. Hier ist noch ein Gesiegel drauf. Blackbox-Man. Blackbox-Man. Mann. Ja. Ich habe schon wieder was gesehen. Ich habe schon wieder was gesehen. Ich bin jetzt da. Ich habe schon wieder was gesehen. Und auch Produkte, ja, wird er dann gleich sehen, wenn er kaputt lacht, oder auch nicht. Männer aufgepasst. Ja, da sind die ja, irgendwelche Premium-Produkte, die er dann mit irgendwelchen Codes, Gutscheincodes verbilligt kriegt's. Naja, fragen wir doch nicht, ich nicht, zumindest nicht. Und da fangen wir auch gleich mal an. Müll. Ach. So ist es, so ist es, so ist es alles drin. Ja, ihr habt es gestern gesehen. Warum? Naja, fangen wir mal an mit der... Naja. Jeder weiß, was es ist. Ich sprach, das können wir nicht schnell kommentieren, oder? Ja. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Stück sind drinne. Habt euch einen Glückwunsch. Hautnah und latexfrei. Alles spürt, ne? Für... Ultrasinnige Momente. Oh, wow. Da. Die sind richtig und wichtig. Ja. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Will ich auch nicht. Naja, dazu muss ich noch mal ein Stück Kaffee trinken. Das ist zu viel des Guten. Dann geht's gleich weiter. Und zwar... Ritual auf Samurai. So riechen tut es schon mal so gut, ne? Was ist das? Also das hier ist, äh... Das hier. Das ist mit dem beliebten Duschschaum. Bist du bestens für die Herausforderung des Tages vorbereitet. Das Gehen mit einer einzigartigen Gelschaumtechnologie und dem beliebenden Duft aus Bambusextrakt und Sandholz. Sandholz erfrischt deine Sinne und belebt deine... die Seele. Es wird ja genau wie der Rest der Klassik-Serie speziell entwickelt, um dir einen selbstbewussten, frischen Start in den Tag zu sichern. Mach den Kaffee auch. Ohne zu viel Schnickschnack. Okay. Jetzt sogar das Bier beschrieben hier. Na ja. Dann habe ich hier Sonnencreme von DM. Da. DM. Hm. Transparenz. Sonnengehe. Sofortschutz. Wasserfest. Angenehmes Hautgefühl. Sensible. Für sensible Haut. Für sensible Haut. Mhm. Naja. noch mal ein Sonnenspray. Sonnens, mann, dreißig hoch, klare Sonnenspray. Sofortschutz extra Wasser, sofortschutz extra wasserfest, angenehmes Haltgefühl. Warum so viel? Eben ein Richter. Ich hab's ja zweimal. Einmal dreißig und einmal fünfzig. Wenn ich alles zusammen drauf mache, hab's bestimmt 80 oder? Ich frage auf einen Freund. Dann hab ich noch einmal Terra Team Gel. Pflege, Erholung strapazierter Muskeln und Gelenke. Muskeln. Das stinkt wie in der Apotheke, Leute. Das sag ich mal. Da bin ich schon wieder raus. Echt. Kennt ihr die alten Apothekenschränke, oder geht in die Apotheke rein. Ja, das stinkt schon. Das ist schon. Ich weiß zwar nicht. Ja. Pflege und Erholung strapazierter Muskeln und Gelenke. Anwendung. Zur äußerlichen Anwendung ein bis zweimal täglich auf die betroffene Hautstellen auftragen und einmassieren. Zur Pflege und Erholung strapazierter, äh, habe ich schon gerade gesagt. Spürbar, angenehm, wohltuend. Mhm. Okay. Oh, jetzt kommt was. An die Haarverlust Intensivschaum. Ne, wenn die Haare weg sind, sind sie weg, Leute. Ja. Ich fange nicht an, wenn die jetzt ausfallen, bei mir neue draufzukleben oder mir Haarimplantation oder wie sich das nennt, ja. Äh, zu machen, ja. Wenn sie, was weg ist, ist weg. Ja. Ganz einfach. Ganz klarer Kiste. Bin ich. Steigt das Haarwachstum, mehr Haarrichter, sichtbare Ergebnisse nach drei Monaten. Oh, geil. Das ist dann aussehen wie Harald Messmer. Ja. Ja. Genau, das wollte ich immer haben, so was. Und das, ach. Na ja. Ob ich das nur brauche. Ja. Na ja. Es ist so wie es ist, Leute. Es gibt, du kannst in solche Boxen halt nie reingucken, ja. Oder schon vorher ahnen, ja. Aber es geht immer weiter. Und zwar. Nevea Men Intensiv-Frächtigkeitscreme. Pflege und beruhige die pintische Haut. Das ist doch mal was, was auch die Männer brauchen, ja. Creme. Fett fürs Gesicht. Na, einwandfrei. Das mein ich ernst. Ja. Ich creme mich auch ein. Ja. Klar. Gerade bei, wenn ich bei meinen Eltern bin, oder sowas. Gerade da, äh, ist es wichtig, weil das Wasser dort ziemlich hart ist, ja. Also da ist das. Da sehe ich dann immer aus wie so ein Sträusekuchen hinterher, ja. Also wer reibe Käse mag, meine ich, ja. Da schädt ich meine Haut. Und juckt und alles. Ein bisschen Krewe drauf, weil ich wieder schicke. Da. Das ist schön. Das ist, das ist, das ist gut. Das gefällt mir. Also mein Fazit zu der Box. Das Bier ist, ja, kann man, muss man nicht mit rein. Das hier ist bis jetzt das beste gewesen. Ja. Und der Badeschaum. Also der Duschschaum. Die zwei Sachen. Was ich jetzt mit, äh, Sonnencreme machen soll. Ja, das ist mit Rauer. Was ich mit machen soll, ja. Aber ich, ich meine allgemein jetzt, ja. Warum tut man ein Produkt rein von einer anderen Firma? Von DM. Muss man nicht. Aber, naja, wird das eine. Wie gesagt. Also mein Fazit ist, so. Die zwei Produkte, ja. Das hier. Und das Ritual Samurai. Also der Badeschaum, ja. Ist mein Favorit. Von Gore her. Auf jeden Fall. Und die Creme, auf jeden Fall auch. Und der Rest, ja, gut. Hätte bessere Sachen sein können. Ich hab ja schon mal eine Blackbox ausgepackt. Musst mal gucken. Auf meinem Kanal. Irgendwo. Ähm. Da waren weitaus bessere Produkte drin. Weitaus mehr zugeschnitten für den Mann. Ja. Ähm. Die werde ich einfach nicht mehr bestellen. Weil ich finde, ja. Das nicht passend. So. Was ich aber, was ihr aber passend machen könnt. Bei mir. Ist ein Wohlführenden Kommentar. Die Glocke aktivieren. Ein Abo da lassen. Und alles zusammen ist kostenlos. Und wer da mich einfach freuen. Das nächste ist. Es kommen noch ein paar. Ähm. Von nach die Weltboxen. Noch vier Stück. Wenn sie mal erscheinen. Weil die haben es nicht so mit dem pünktlich schicken der Boxen. Abziehen. Der Kohle. Des Geldes. Ist immer wichtig. Und schnell. Über die Bühne gebracht. Da ist alles. Ja. Das geht immer Hucki Zucki. Ja. Da brauchen wir nicht zu überreden. Ja. Aber Lieferung. Ist bei der Firma. Nonstens. Die erste Box. Hucki Zucki. Die zweite. Immer nach später. Ja. Als wenn mich einer fragen tut. Ob ich die Firma. Kann ich die Welt empfehlen könnte. Dann klar ist nein. Dann verweise ich denen. Auf. Ähm. Instagram. Da kannst du dich selber durchlesen. Bis ich dir vielleicht aufregen. Ja. Und das zu Recht. Aber. Das geht auch nicht. Das geht erstmal nicht. Ja. Dann mache ich mal separat das Video dazu. Ja. Gut. Der Pitch ist mal raus. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Äh. Super Quelle. Bis zum nächsten Mal.